Herzlich willkommen zum Tutorial für unser Euro Rechen- und Spielgeld. Geld als Teil unseres Lebens bekleidet uns ein Leben lang. Umso besser, wenn man bereits frühzeitig anfängt, den Umgang damit zu üben. Wir haben für unser Spiel- und Rechengeld die Zertifizierung durch die Europäische Zentralbank und sind so auch, was das Design betrifft, immer auf dem neuesten Stand. Die Scheine sind beidseitig bedruckt und mit farbigen Specimen-Aufdruck versehen, damit diese leicht von echten Geldscheinen unterschieden werden können. Die Größe der Geldscheine entsprechen zu 85% dem Original. Die Münzen aus Kunststoff sind den Originalen in Größe, Farbe und Prägung nahezu identisch. Mit dem Rechengeld üben Kinder jeden Alters der realitätsnahen Umgang mit Zahlen und monetären Werten. Mit ein wenig Fantasie lassen sich zahlreiche Einkaufsszenarien nachstellen, die ihre Kinder im Alltag wiedererkennen werden. Ganz nebenbei wird gekauft, verkauft, addiert und subtrahiert und so spielerisch gelernt. Lernt man nicht am besten, ohne es zu merken?